Oh, oh Gott, I think that's her. Okay, also ich habe jetzt einen Twitter-Account gemacht und eine E-Mail-Adresse und einen YouTube-Kanal und es haben sich schon Leute bei mir gemeldet und ich wollte fragen... Wer sind Sie denn überhaupt? Aria, die beste Freundin von Bess. Ich suche noch nach ihr. Bess? Ich kenne keine Bess. Ja, ihre Tochter, deine Tochter Bess, natürlich. Wir sind zusammen in die Grundschule gegangen und ich suche jetzt nach ihr, weil sie... Ich habe keine Tochter, nee, ich habe überhaupt keine Kinder. Doch, natürlich, ich kenne dich doch schon Ewigkeiten und Bess doch auch. Wie? Also ich suche dich doch schon so lange, ich versuche doch schon so lange nichts zu erreichen und das kann doch nicht sein, dass du mir jetzt sagst, dass du keine Kinder hast. Nee, ich habe keine Kinder. Das ist ein Quatsch. Natürlich. Und ich habe versucht, dich zu erreichen und... Wer sind Sie denn? Aria. Aria Kau. Na, lassen Sie mich in Ruhe. Aber ich...